Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich bin Kyriex, aber ihr könnt mich auch gerne den Meistermusiker nennen, wenn ihr wollt. Denn ich weiß, dass man die schönsten Melodien unter Wasser findet, wenn man von Fischen gejagt wird und mit einer Klampfe bewaffnet ist. Ja, das ist wirklich so. So hat Mozart auch angefangen, glaube ich. Okay, alles klar, wir haben das letzte Mal die Aura bekommen, mit der wir, ähm, ja, da sehen wir auch schon was. Da sehen wir schon was. Da hin müssen wir. Mit der wir, ähm, die Sachen hier ausmachen können. Uiuiui. Und wir schwimmen einfach direkt geradeaus nach unten und ich möchte gerne, äh, nicht von dem Fischi erwischt werden. Oh, der ist aber weiter nach unten gekommen, als ich gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Blöp, okay. Es müsste ja irgendwo hier gewesen sein. Ähm, also entweder hier oben beim Baum, das könnte ich mir auch vorstellen. Oh, müssen wir da vielleicht rein? Das wäre so geil, das wäre so geil. Dann könnte ich hier das Loch rein. So, ähm, ich glaube da war wirklich was, oder? Einmal umdrehen, bitte. Oh Gott, das ist unglaublich schön. Ähm, ich glaube, ich mache einfach mal so. Ui, aua, scheiß Tisch. Warum bist du nur immer im Weg, wenn ich mit Sachen zuhaue? Okay, äh, hier noch irgendwas? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ach so, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. So, dann schwimmen wir jetzt einfach wieder nach oben. Hm, was, liebe Leute? Okay, ich hoffe, ich entkomme diesem Fischi. Ähm, denn ich möchte ganz gerne nicht von ihm verletzt werden. Oh, aber ich glaube, der kommt gleich wieder. Huh, was, was, was passiert hier? So, einmal hier hoch, bitte. Dann machen wir doch gleich mal die nächste Suche auf. Huch, da waren doch vorher keine zwei drauf, oder? Versuche die Melodien mit der Auchersuche zu finden. Alles klar, das versuche ich mal. Und du? Die Paraquah kennen sich mit den Melodien aus. Was ist denn, was sind denn die Paraquah? Na, diese Wesen im Wasser mit den spitzen Mündern. Sprich mit ihnen, wenn du im Wasser bist, okay? Alles klar, das mache ich. Voll nett von dir. Oh, wir haben gleich hier wieder was. Ah, die zeigen in verschiedenen Richtungen. Also einmal habe ich noch eins hier unten, direkt bei dieser Brücke oder unter der Brücke. und einmal hier vorne. Ich glaube, ich gehe erst hier vorne hin, weil das schwerer zu finden sein wird. Und dann gehe ich mal zur Brücke, okay? Alles klar. Einmal nach unten und schön schnell, damit wir nicht in des Fisches Fänge geraten. Ja, der hat nämlich scharfe Fänge und das finde ich echt nicht scharf. So, einmal zur Seite bitte. Uah, ich wollte nur die Blubberblase haben. Irgendwo hier unten war das, richtig? Ah ja, da sehen wir es auch schon. Oh ja, das ist sehr hilfreich. Oh, das ist aber weit weg hier, ha? Ah, huah. Okay, und einmal hier lang. Uah. Ach, geben die, geben die? Oh, oh. Uiuiui, das war nicht so gut. Oh, okay. Haben wir alle? Ne, wir haben noch lange nicht alle. Uiui, ich wollte gerade schon ein Herzchen einsammeln. Uiuiui. Und schu. Momentchen. War das eben nicht schon fertig? Äh. Oh je. Oh je. Ich habe es abgebrochen. Das ist ganz lang. Ich muss den ganzen Weg, glaube ich, wieder zurück. Okay. Da muss ich mich ein bisschen mehr beeilen. Also, die Herzchen lasse ich schön da, wo sie sind. Äh, erst einmal. Hui. Hui. Aber hier müsste ich eigentlich mal durchrennen. Egal. Oh, oh. Kommt schon. Okay, das geht noch. Und schwupp. Das Einsaugen von den Viechern klappt allerdings wirklich sehr gut. Oh, oh. Da muss man sich also nicht zu viele Gedanken machen. Huah. Habe ich alle? Ne, immer noch nicht. Okay. Jetzt habe ich alle. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwo eine Blubberblase finde. Jawohl. Da ist doch was. Ich schwimme mal eben bei den Herzchen vorbei, oder? Ach nee, das brauche ich nicht. Da sehe ich nämlich schon den nächsten Fisch. Da ist ein Fisch. Kleiner Fisch. Du kommst auf den Tisch. Du wirst mir lecker schmecken. Ich habe dich... Oh, ich musste dich nur entdecken. Versteht ihr, liebe Leute? So. Alles klar. Die haben wir alle vier. Ähm, ich schätze mal, das war auch schon das, was ich hier gesehen hatte. Was? Joa. Dann denke ich mal, ich kann wieder nach oben gehen. Oh, oh, oh. Ein großer Blubberschleim. Da gehen wir mal schön wieder weg. Da gehen wir ganz weg. Oh ja, liebe Leute. Das ist überhaupt nicht meine Stärke, Schleim. Das ist meine einzige Schwäche. Okay, einmal hier drauf. Okay, und wir schauen... Oh, ich mag die Musik, muss ich mal sagen. So, da sehen wir gleich das nächste. Irgendwo da hinten. Sieht ziemlich weit weg aus. Was haben wir noch so? Ähm. Eigentlich sehe ich gerade nur... Obwohl, hier ist was, oder? Nee, es zeigt weiter in die Richtung. Ich glaube, das ist nur das hier. Sollen wir einfach mal direkt darauf zuschwimmen, liebe Leute? Wäre das das, was uns irgendwie anmacht? Vielleicht schon. Vielleicht aber auch nicht, liebe Leute. Ich gehe auf jeden Fall weiter nach unten. Und hoffe darauf, dass mich die Fischheimer nicht so sehr entdecken. Hui. Wir können ja auch einfach dann da drüben nochmal hochtauchen. Das Navi neu einschalten, könnte man sagen. Okay. Da möchte ich auf jeden Fall kurz runter und Luft tanken. Ja, ich tanke ein bisschen auf. Flipp. Okay, alles klar. Äh. Schüpp. Oh, Mann. Ja, wie ihr merkt, noch immer habe ich schlonsische Probleme. Hüpp. Flipp. Okay. Boah. Man bleibt so ein bisschen im, äh, in den Baumkronen hängen. Nicht nur in den Kronen. Auch in den Kronenjuwelen, wenn man zu tief schwimmt. Ähm. Jetzt sehe ich leider nicht ganz genau, wo er mich hinleiten wollte. Könnte schon sein, dass ich den Kugelfisch erstmal da reinhämmern muss. Und schwüpp. Flümms. Ah ja, das ist schon richtig. Ich weiß, ich habe mich treffen lassen, aber das habe ich dankend in Kauf genommen. Hüpp. Ach so, der hing da fest. Genau. Boah. Und wie hatte ich das jetzt machen wollen? Ich wollte da hochklettern und hier runterspringen. Righty? Ist das denn der letzte? Ich glaube, ja. Ich glaube, es sind... Ach wie, nee, ich glaube, ich habe noch zwei, oder? Nee, es ist, glaube ich, wirklich nur noch der da. Gut, dann muss ich nach unten tauchen. Muss hier draufspringen, das umdrehen und hoffe, dass der Fisch dann Farai kommt, liebe Leute. Schwupp. Okay. Müssen wir nur erst den Eingang finden. Ich glaube, das könnte da unten aber schon ganz richtig sein. Quäu. Heyu. Bidim. Bum. 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 Dieses Spiel macht gerade Urlaubsfeeling. Das ist schön. Das macht mir große Freude, liebe Leute. So, wir tauchen da ein. Oh, da tauchen wir nicht ein. Da ist nämlich eine Wand. So, hier tauchen wir ein und hoffen, dass wir an der anderen Seite wieder auftauchen können. Ja, liebe Leute. Doch, ich muss schon sagen, ich bin momentan sehr verliebt in die Zelda-Spiele. Seit ich Let's Plays mache, mache ich wieder Zelda-Spiele. Davor hatte ich ein paar Jahre Zelda-Pause. Deswegen sind ja auch so viele Spiele blind für mich von den Zelda-Spielen. Aber, doch, doch. Also, wenn man sich einmal wieder an die Zelda-Mechaniken so ein bisschen, was heißt, gewöhnt hat. Wenn man sich, äh, wenn man, ich habe davor sehr viele Rollenspiele gespielt. Und Zelda ist nun mal kein richtiges Rollenspiel. Das ist ein Action-Adventure. Und wenn man das einmal wieder so ein bisschen drin hat. Moment mal. Da will ich was sprengen. Oh nein, ich lasse es. Au. Dann kann man plötzlich nicht mehr aufhören damit. Zum Beispiel, indem man sich ständig von irgendwas stechen lässt. Das finde ich einfach zu schön. Da kann ich nicht wieder aufhören. Aua. Nein, jetzt, jetzt, jetzt möchte der gerne die ganze Zeit piepsen. Der möchte die ganze Zeit piepsen. Das hat er mir genau gesagt. Scheißendreck. So. Na gut. Müssen wir erstmal damit klarkommen. Ich hätte doch die Herzi mitnehmen sollen. Piepsen. Meine einzige Schwäche. Was soll das? Mann. Oh. Okay. Aber wir müssen damit klarkommen. In den Ladebildschirmen haben wir wenigstens kein Gepiepse. Das hört zwischenzeitlich auf. Können wir uns, können wir uns ein bisschen beruhigen. Ich glaube, da klebt er nicht drin. Das war wirklich. Sind hier eigentlich jetzt wieder Feinde? Nö. Ich glaube, das war hier. Von da drauf. Ich glaube, ich möchte ein Schmetterlang fangen. Hallo, Schmetterlang. Komm her. Streck dich. Komm her. Gefangen. Meisterlich. Haha. Du hast einen Himmelswalter gefangen. Dankeschön. Das mache ich doch gerne. Oh, cool. Das macht Spaß. Wenn ich mich so professionell anstelle und so. Wenn man genau sieht, ich bin der Mann mit der Ahnung von solchen Spielen. Ja, ich weiß. Ich muss da drauf springen. Ist doch der hier, oder? War doch der da. Okay. Jetzt können wir nur hoffen, dass ich es auch schaffe. Hup. Cool. Okay. Umgedreht. Und er ist Farai. Nein, ich möchte die größere Belohnungsmelodie. Wo ist er? Da ist er. Gefängt. Oh, okay. Ich hatte Angst vor dem Viech. Oh, das war schön. Nochmal. Oh, Q-Rex. Sehr gut. Du hast alle Melodien gefangen. Melodinnen. Ach, das sind keine Melodien. Das sind Melodinen. Wie Sardinen sozusagen. Du solltest besser schnell zum Wasserdrachen zurückkehren. Oh, Q. Okay. Alles klar. Geilo. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gemerkt, glaube ich, dass die gar nicht Melodien heißen. Oh, guckt mal. Der ist getötet worden. Ja. Ah, das hat er sich verdient. Und ich höre auf zu piepsen. Ja, da schwimmen wir dran vorbei. Das wollen wir nicht. Das Piepsen hat uns einmal geräuscht. Und jetzt müssten wir doch eigentlich hier das Wasser rauslassen können. Und da hahan, liebe Leute. Müsste ich doch eigentlich auch wieder die Artefakte einsammeln können. Theoretisch. Denn ich habe jetzt ja alle Gegenstände, die man so dazu braucht. Richtig? Oder ist das vielleicht falsch? Ah, manche Dinge, liebe Leute. Das erfährt man nie. Oder später. Oder später. So. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein bisschen was zum Blubbern. Blub. Okay. Und wir rasen hier durch. Oh. Schwum. Oh. Ach so. Jetzt habe ich mich irgendwie erschreckt. Was war das gerade für ein Schwum? Hat mir... Ach so. Das ist nur von meinem eigenen Wirbler. Ich dachte irgendwie, das hätte es vorher nicht gemacht. Aber okay. Okay. Ich bin einverstanden. Und... Mist. Zu weit zur Seite. Ich wollte es aufsprengen. Aber ich fürchte, das war ein misslungener Versuch. Und... Schwum. Schwum. Und wieder rein. Scheiße. Immer spreng ich drüber. Alles scheiße. Mann. Voll traurig. So. Da kommen wir... Ach doch. Wir kommen da hoch. Sehr schön. Flup. Okay, kleiner Drache. Rede mit mir. Na gut. So klein ist er auch wieder nicht. Du hast dich deiner Aufgabe wahrlich würdig erwiesen, Q-Rex. Ich werde daher mein Versprechen einlösen und dir die Stimme, deren Hüterin ich bin, beibringen. Du hast die Stimme des Heldenlieds erlernt. Tja, und weil Link ein absolutes Gehör hat, kann er sich das auch sofort merken. Kein Problem für ihn. Sie ist übrigens nie in einem Chor gewesen, das hört man auch. So ein bisschen Gesangsausbildung hätte ihr vielleicht nicht geschadet. Aber sie kann zwei Stimmen gleichzeitig. Sie klingt wie zwei Stimmen gleichzeitig. Eigentlich singen beide Stimmen dasselbe. Aber mach was soll's. So, schwimm. Okay, danke schön. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Jetzt aber werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurückversetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gab dich wohl. Ich wünsche dir das Beste. Ja, hau ab, du Scheißwasser. Alles klar, ich bin super würdig. Das hat der Drache auch gerade gesagt. Geilo. Ich mag es, würdig zu sein. Und da sind die Vögler wieder. Die kann ich dann einfangen. Und ich schätze mal, die Gegner sind auch zurück. Das hat also bestimmt gar nichts gebracht. Was ich übrigens noch machen wollte, war in dem Wald hier mal die Glitzerpilze anzudingsen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber irgendjemand hat mir doch gesagt, dass ich da was Besonderes rausholen kann, oder? Der Wasserstand im Wald von Phyron ist gesunken. Jetzt befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Captain Obvious. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenliedgebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Okay. Okay. Sie ist nach wie vor hervorragend darin, die Sachen, die wir alle schon wussten, noch einmal zu sagen. Ich mach mal ganz kurz hier die andere Aura rein. Um mal ganz kurz zu gucken. Also da hinten ist noch eins. Ich glaube aber, das ist weiter weg. Ich meinte eigentlich erst mal ein anderes. Genau. In der Richtung ist noch eins. Und ich glaube, das ist auch relativ nah. Ich glaube, das ist ganz nah. Ich war schon einmal da. Doch in diesem... Moment mal, das ist viel weiter weg, als ich dachte. Hier war doch un... Ah. Aha. Hoho. Mhm. Was mach ich mit dir? Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Wenn ich schon hier bin, würde ich gern da hin. Schaffe ich das mit so einem Sprung? Hier sind also mindestens noch drei von den Dingern. Oh. Nein, du solltest das mit Anlauf tun, mein Freund. Flup. Und schwupp. Huh. Äh. Okay. Ja, das hat gerade so gepasst. Huh. Jetzt hätte ich es fast wieder vermasselt. Aber wir sind da gelandet, wo ich landen wollte. Huhm. Schwamm. Oh yeah. Und ich muss trotzdem noch mal in den Baum reimen, um dieses komische Bombenloch da zu verwenden. Schwamm. Alles klar. Es gab hier noch so ein Ding. Es gab hier noch so ein Ding und das konnte ich nur mit dem Enderhaken erreichen. Ich weiß es ganz genau. Ich habe mir das sehr genau gemerkt. Weil mich das schon mal traurig gemacht hat. Das war aber nicht das mit dem Enderhaken, oder? Doch, das war das. Verdammt. Verdammt. Das war das mit dem Greifhaken. Ja, Leute, da seid ihr doch schon auch ein bisschen stolz auf mich. So, ähm. Ja, ich mache irgendwie immer die umständlichen Wege, wenn ich irgendwas haben möchte. Hui. Okay. Ach, Mann. Dann nehme ich das nicht mit. Und ich nehme die einfach zu erhaltenen Dinge nicht mit, weil sie mir zu schwierig sind. So funktioniert das bei mir, liebe Leute. Anders kann ich es nicht. Wir gehen noch mal ganz kurz hoch. Ich möchte das Bombenloch noch öffnen. Ich glaube, ich könnte hier eigentlich noch mal gucken, ob ich die beiden Artefakte der Götter noch hole. Ich will euch allerdings nicht zu lange aufhalten. Ich überlege mir gerade, ob ich da vielleicht, obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Schnitt machen sollte. Bei solchen Sachen muss man ja auch mal ein bisschen forschen können. Man muss auch mal die Zeit zum Forschen haben, liebe Leute. Die Frage ist jetzt, seid ihr ja ungeduldig oder seid ihr ja geduldig? Und haltet das aus. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich lang? Ich glaube, ich muss da rüber. Wo schwubbere ich denn am besten raus? Ich glaube, ich muss hier mal hochschwubbern. Oh, das hat er nicht geschafft. Link, was bist du denn für ein Fisch? Also kein guter auf jeden Fall. Fischkrab. Okay. Und schwub, schwub. Ah ja, das kriegt er hin. Sehr gut, Link. Das hast du gut gemacht. Einmal jumpen. Oh ja, das hast du mittelmäßig gut gemacht. Oh, das hast du schlecht gemacht. Das war wieder ganz gut. Nee, war doch nicht gut. Ein bisschen mehr Mühe musst du dir schon geben. Alles klar. Äh, wo war das Loch? Wo war das Loch? Eine Frage, die man sich häufig im Leben stellt. Wo ist das Loch? Ach, okay. Wo ist das denn gewesen? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ich geh mal hier hin. Da war doch so ein Sprengloch. Fledermäuse! Fledermäuse! Tödliche! Guck mal! Fledermäuse! Oh Gott, ich hab's ganz weit weg gemacht. Die blöde Fledermaus. Ich hatte keine Angst. So. Ähm... Ich glaube, das war noch weiter oben, wa? Ich glaube, Schaden. Fledermäuse! Ja, ich bin absolut furchtlos. Das muss man mir wirklich lassen. Ähm... Oh, eine Blume. Blume! Hilfe! Blume! Ähm... Ich weiß ganz genau, dass hier was zum Sprengen war. Ich weiß es hundertprozentig. Vielleicht weiß ich es sogar hundert... Fünfprozentig. Okay. Oh. Hä? Ach so. Oh nein. Oh nein. Aber wo war das? War das vielleicht hier unten irgendwo? Nee, oder? Das muss weiter oben gewiesen sein. Liebe Leute, ich bin so unglaublich verwirrt. Ich... Ich bin unglaublich verwirrt. Okay. Okay. Gehen wir einfach nochmal hoch? Ah ah. Da will ich... Und... Da will ich gar nicht erst hin. Schöp... Okay. Wir müssen uns nochmal umschauen. Oder ist das jetzt einfach weg? Das... Das sah doch nicht völlig anders aus vorher, oder? Nein, liebe Leute. Ich glaube nicht. Und wahrscheinlich ist es überhaupt nicht wichtig. Nur ein Herzteil oder so. Was nicht schlecht wäre, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, es wäre nicht hundertprozentig mies. Jo. Sagt sogar Link. Weil er Ahnung hat. Der ist halt kein... Der ist kein Pappenheimer. Äh. Oder nicht aus Pappe? Nicht vom Pappe? Na. Schreien. Oh. Okay. Ähm. Ich glaube, es war bestimmt noch etwas weiter oben. Was ist denn zum Beispiel? Da wollte ich eben schon mal hin, wa? Das hat nicht geklappt. Okay. Wir machen jetzt mal mit Anlauf. Wo? Schupp. Okay. Ähm. Aha. Wo sind wir denn? Wo sollen wir hin? Okay. Ich bin hier auf jeden Fall falsch. Und ich sehe auch das Loch nicht mehr, das da war. Gibt es sowas wie eine Aura für Herzteile? Falls da ein Herzteil ist... Ist das das da unten? Ne. M-m. Ah-ah. Nö. Das ist wahrscheinlich noch weiter unten, ha? Ist egal. Dann lasse ich es jetzt erstmal sein. Schraub. Schwimm. Oh, das war aber ein tiefer Sprung. Ja, wenn das ein Bauchklatscher gewesen wäre. Link hätte es nicht gut gemacht. Link hätte es nicht gut gemacht. Schwimm. Oh. Wow. Wow. Außen war es da aus der Luft geholt. Wow. Link, du bist ein echter Könner. Ähm. Hat zwar ein bisschen weh getan, aber das war es mir absolut wert. Jetzt bin ich doch wieder auf der Außenseite, oder? Ich bin hier von unten reingekommen. Jo. Dann kann ich eigentlich auch noch weiter nach oben gehen. Und nochmal gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. So. Ähm. Ach, Vögler. Na gut. Das habe ich jetzt irgendwie zu spät gemerkt. Vögler. Ah, du, du, du. Huh. Das war klar, dass das nicht klappt. Deswegen habe ich es auch versucht. Hup, 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 hup. Oh, das sind wieder Spinnenheimer. Na, ich werde es leider nicht packen, ohne die Viecher abschießen zu können. Äh, zu müssen, zu dingsen. Ihr wisst schon, was ich meine. Hup, hup. So, also, hup, einmal mit dir weg. Und einmal, hup, hup. Yeah. Einmal hoch. Chup, chup. Hup. Huh. Hup. Na, gehst du mal rüber. Hup. Jawoli. Da ist doch schon wieder gerade... Oh, du solltest eigentlich nur aufhören, dich festzuhalten. Du solltest aufhören. So. Ähm. Da müssen wir wieder was abballern. Oh. Habe ich gerade die Pflanze abgeballert? Das geht auch. So, die sind alle tot. Und das habe ich auch noch gesehen. Miau. Oh, ja. Das ist geil. Die jagen mich ja wieder. Und jetzt habe ich meine optimale Waffe gegen die. Wah. Okay, ich habe sieben Dekobinen gefangen. Ja. Cool. Alles klar. Dann habe ich 27 jetzt. Wow. Und ich kann noch zwei oder drei fangen. Das ist doch wunderschön. Ich mache das wieder, wie der Profi. Wuh. Wirst du wohl aufhören. Äh. Hallo? Der ist weg. Na gut. Dann packen wir es wieder ein und klettern nach oben. Wie der Profi, habe ich ja gesagt. Flipp, 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 flipp. Hey, geh rüber. Okay. Hui. Ja. Na. Irgendwie springt er manchmal nicht zur Seite. Als ob er wüsste, dass es mich dann nervt. Und als ob er mich nerven wollte, der Arsch. Okay. Einmal noch drüben. Schüpp. Ja. Hup. Und fallen lassen. Fump. Okay. Oh, das Herzchen nehmen wir doch mit. Ähm. Ja, ich schaue nochmal, ob ich nicht doch hier irgendwas vergessen habe. Ansonsten suche ich einfach noch ein bisschen Artefakt-Göttinnen-Krams. Göttinnen-Artefakt-Krams. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwo drankomme. Äh. Das gab es vielleicht wirklich nur, als ich getaucht war. Äh, bin. Also, als hier Wasser drin war. Hä? Kann das wirklich sein? Aber ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Und es ist mir jetzt langsam auch so ein bisschen egal. Na gut. Dann schauen wir von hier oben einfach nochmal nach. Ähm. Wo hier der nächste, das nächste Artefakt ist. Irgendwo in der Richtung. Das sieht eigentlich gar nicht mal so weit weg aus. Obwohl, es sieht wahrscheinlich, ist wahrscheinlich in einem ganz anderen Bereich. Ich glaube, das mit den Artefakten mache ich später. Ich mache das jetzt erstmal so. Also, ich mache jetzt erstmal die Quest weiter, die Aufgaben mit dem Lead weiter. Und werde dann versuchen, vor dem letzten, äh, Dungeon-Boss, was auch immer noch alles kommen möchte, ähm, werde ich dann versuchen, nochmal einen Part für euch zu machen, indem ich euch zusammenschneide, was ich so alles finde. Damit ihr euch hier nicht langweilt, denn sonst dauert das zu ewig für euch. Wir werden jetzt auf jeden Fall ins Wolkenmeer reisen und als nächstes in den Vulkan gehen. Ja, zum Wolkenmeer möchte ich. Und gucken, ob wir da eine genauso umfangreiche Quest bekommen, wie wir das, äh, in diesem Gebiet hier, äh, getan haben. Tja, ich schätze mal schon, ich schätze mal, jetzt müssen wir überall diese blöden Notenviecher suchen. Diesmal werden es keine Vieche sein. Diesmal wird es irgendetwas anderes sein. Ich würde sagen, es werden, hm, ich tippe auf Käfer. Stimmt's, liebe Leute? Sind es Käfer oder sind es keine Käfer? Da ist doch ein Vogel. Na gut, dann lassen wir den da. Tschu, na, du sollst schütteln. Ha, ach so, war das hier? Ach so, hier war das. Ja, hatte schon wieder vergessen, wie es hier funktioniert. Aber inzwischen habe ich es. Oh, mir ist gerade erst aufgefallen, dass man manchmal Schlagzeug im Hintergrund hat, wenn man mit dem Vögler fliegt. Und manchmal, nö, mh, sehr merkwürdig. Jetzt habe ich zum Beispiel keins. Hm. Also so ein, so ein, äh, so ein Marschrhythmus ist das schon fast. So. Tschu, 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 tschu. Sieht immer sehr gefährlich aus, muss ich sagen. Aber wir werden das schon überleben. Wir sind ja, wir sind ja schon an alle möglichen Gefahren gewöhnt. So, einmal runter, einmal aufklatschen und dann mit einem extra live. Weiteres versuchen. Oh. Das war nicht normal. Huch, was leuchtet. Der ist ausgebrochen. Oh, oh. Oh, oh, liebe Leute. Das sieht nicht gut aus. Das sieht sogar eher mittelmäßig bis schlecht aus. Aber ich kann buddeln, das ist gut. Okay. Oh, und ich bin im Knast gelandet? Ach, deswegen, ich kann da buddeln, um mich rauszubuddeln, nehme ich mal an. Ha. Gefahrgebannt, sozusagen. Oh, und ich habe keine Lebenslinke mehr. Und ich habe kein Schwert mehr. Oh mein Gott. Jupp. Aber wenigstens, ich wollte gerade sagen, wollte es an der Decke hängenbleiben oder was? Wenigstens möchte man mir rollen. Haha, das macht Spaß. Ein paar Herzchen wiedergeben. Da sind wohl die Herzen der früheren Gefangenen drin. Dass die mich gleich eingesperrt haben. Und warum ist den anderen nichts passiert? Also diesen, den Bösewichten. Oh, da kommt jemand. Na, guckst du was? Ich rette dich. Oh ja. Es freut mich, dich wiederzusehen. Wie? Du kennst mich nicht mehr. Doch, du bist der reiche Typ. Ich bin Platio von den Mogma. Die Magma-Mogma. Wir sind uns am nördlichen Tempel begegnet. Ich habe gesehen, wie sie dich fortgetragen haben und ich bin dir gefolgt. Du weißt das wirklich nicht mehr? Was wolltest du eigentlich hier? Ich suche... Dann hast du wohl auch von den Gerüchten gehört, was? Hier soll sich allerlei lichtscheues Gesindel versammelt haben. Und wo die sind, gäbe es ganz bestimmt was zu holen. Nun, du solltest dich vielleicht erst einmal um das Nötigste kümmern. Ist dir etwa nicht aufgefallen, dass du völlig unbewaffnet bist? Doch, ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen. Als du bewusstlos warst, hat man mir deine Ausrüstung abgenommen. Die solltest du vielleicht suchen gehen. Das hier habe ich mir immerhin schnappen können. Das ist bestimmt die Grabeklaue, oder? Jawohl. Der gibt es mir zurück. Cool. Du hast die Mogmar-Klauen wieder. Nutze sie, um dich durch die Mogmar-Löcher zu graben. Dankeschön. Ich mache mich jetzt schon mal auf. Habe schrecklich eilig. Also, bis dann. So. Ja, das war klar, dass wir den Gegenstand bekommen. Denn wie sonst hätten wir hier rauskommen sollen. Und das heben wir mal an und schmeißen es ihm hinterher. Plümpf. Okay, haben gar nichts bekommen. Schade. Na gut, dann graben wir uns mal durch. Tjum, 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 tjum. Und hoffen, dass wir einen baldigen Ausweg finden. Ach ja, das wäre so schön. Plümpf. Ausgraben, bitte. Alles klar. Und wie überwältigen wir jetzt die... Ach so. Hä? Wir sind gar nicht bei der Wache. Ich will zur Wache. Und dann lasse ich's krachen. Ähm. Hier könnte ich mich auch eingraben oder hinsetzen. Beides ist möglich. Wir graben mal. Schwimm, schwimm. Oh, Nüsschen. Lecker. Na gut, ich schätze mal, die Fledermäuse muss ich jetzt ein bisschen auf mich lenken. Ah. Tjua. Ah. Kuh. Daneben. Mützen. Äh, also Rubine. Hui. Ah, geh weg. Hui. Na gut, ich glaube, das sollte ich lieber lassen. Das sollte ich wohl lieber lassen, sonst kriege ich nur Ärger. Okay. Also, wir suchen erstmal unser Schwert. Ohne Schwert bin ich nichts wert. Und das macht mich sehr traurig. Was leuchtet da so schön? Man kann's nur ganz leicht sehen. Da ist irgendetwas, was nach oben leuchtet. Ich weiß nicht, ob wir speichern sollten. Uns geht's nicht besonders gut. Aber wir haben einen Tippheimer da drüben. Der Tippheimer, der wird uns sagen, was zu tun ist. Okay. Alles klar. Hallo. So. Wenn du willst, kann ich dir ganz besondere Visionen zeigen. Na. Was meinst du? Äh. Ich verstehe diese Andeutung nicht. Gerne. Keine Ahnung, ob die jetzt zu viel verrät. Ach so. Ach, das ist so ein richtiger Tippstein. Oh, das ist... Ach so. Oh. Das ist ja wie dieser Stein, der nachträglich in Ocarina of Time 3D eingebaut wurde. Neu. Bonus. Wollen wir uns das mal anschauen? Bonus. Bonus ist gut. Wir schauen einfach mal... Ach so. Da sind ganz viele neue Sachen drin. Das Leiden des Wahrsag... Ach cool. Da kann ich also... Kann ich also noch mal gucken, was ich so alles vergessen habe an Aufgaben. Das ganz schön brauchen wir aber jetzt nicht. Denn wir sind gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Cool. Also ich habe noch nie so einen richtigen Tippstein angesprochen. Immer nur die Steine, die ich besungen habe, sozusagen. So, dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Einmal hier runter, bitte. Und einmal hier... Oh, oh, oh. Jetzt hast du mich aber erschreckt. Hey. Was machst du denn da? Du kannst doch nicht vollkommen unbewaffnet hier umstolzieren. Ich habe dir doch gesagt, dass ich hier allerlei Gesindel versammelt habe. Schau dich nur um. Es wird eine Sneak-Action, wie es aussieht. Oh, und ich sehe einen Tarur. Oh man, ich hasse Sneak-Action. Ich kann sowas nicht. Ich bin in sowas extra ordinary beschissen. So ein bisschen wie beim Englisch sprechen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du solltest wirklich deine Ausrüstung wiederfinden. Du willst dich schließlich nicht unglücklich machen, oder? Hast du mich verstanden? Äh... Hm. Irgendwie mache ich mir Sorgen um dich. Also gut, ich zeige dir was. Öffne mal deine Karte. Schwimm. Bist du bereit? Ich tue dir jetzt einen riesen Gefallen und verrate dir, was sich in den Truhen befindet. Oh. Geilo. Geilo. Das ist Geilo. Das ist Geilo. Das ist Geilo. Das ist Geilo. Wo ist mein Schwert? Ich will mein Schwert. Ich will mein Schwert. Okay, äh... Zeig mir mein Schwert. Leider war da nichts drin, was mich interessieren würde. Was? Aber es könnten einige deiner Sachen dabei sein. Ich mache mich dann mal wieder auf die Schatzsuche. Du warst da überall und hast es da gelassen und nicht mitgebracht? Du Arsch. Bis dann. Gut auf Flüttung. Okay. Ähm... Tja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So. Wie komme ich... Wie komme ich... Äh... Mh... Uh... 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 Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, das ist da drüben. Das ist der Greifhaken. Ist das richtig? Ist das da richtig? Ich denke, da ist das Richtige. Dann müssen wir hier rüber. Dann gehen wir einfach drüber. Ja. Da lasse ich mich überhaupt nie aufhalten. Äh... Habe ich überhaupt kein Problem, mit da vorbeizugehen. Okay. Ja, ja. Okay. Ich sneak einfach an dir vorbei. Mach's gut. Oh, oh. Geht gar nicht. Hilfe! Achso. Baluu. 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 Achso. Und dann werde ich wieder eingesperrt. Also es ist eine richtige Sneak-Action. Komisch, dass ich da überhaupt vorbeigekommen bin. Schittendreck. Okay. Und dann bin ich eingesperrt. Nee, bin ich nicht. Ich bin nur wieder am Anfang. Okay. Aber vermutlich wieder ganz schwer verletzt. Richtig? Ja. Gemeinheit. Na gut. Dann gehe ich hier erstmal drum rum. Ich denke, das ist das Beste. Nee, ist gar nicht gut. Hier komme ich auch nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt weiter, liebe Leute? Wie komme ich denn weiter, liebe Leute? Geht es da unten lang? Achso, natürlich. Da kann ich lang. Okay. Wie ging das eben noch? Einfach vorbeilaufen? Hat das geklappt? Jawohl. Aber... Oh, oh. Flüpp. Hier runter. So richtig gesehen... Oh. Oh. Rein da. Huh. Huh. So richtig gesehen hat er mich nicht, aber ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll. Okay. Wir machen erstmal so. Angreifen. Ui, 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 ui. Okay. Alles klar. Nochmal das Ganze bitte. Äh. Düm, düm. Und angreifen. Dann müsste ich doch eigentlich... Ja, einfach nicht so weit weg, damit ich von der anderen Seite zuhauen kann. Schnell rüber. Alles klar. Kriege ich das so kaputt? Ja. Achso, ich hätte mich auch einfach durchgraben können. Cool. Ja, mal wieder der umständliche Weg. Typisch für mich. Typisch. Spreng das hoch, mein kleiner Freund. Ja. Das hast du gut gemacht. Und, äh, das sollten wir dann auch am besten sprengen. Flüpp. Oh ja. Das macht Spaß. Sachen sprengen ist meine große Leibspeise. Oh, ich sehe gerade, der Part ist vorbei. Mist. Aber da gehen wir noch hoch, okay? Okay. Dann renne ich jetzt ein bisschen. Oh, 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 oh. Oh, okay, alles klar, nach oben. Schwüpp, schwüpp, schwüpp. Oh. Alles klar. Ist ja gemein, dass die immer das Piepsgeräusch hier reinbauen. So, liebe Leute, wir können jetzt leider nicht weitermachen. Ich muss das nächste Mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Ich danke euch erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich hab's viel zu vergraben. Na, amen, deswegen sag ich nur Tschüss. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut, Leute. Oh yeah.